Ihr habt immer noch ein Audiosignal, alles ist gut. Es ist 10 Uhr abends und wir machen Krypto oder so. Das ist bestimmt eine gute Idee. Genau. Ich bin Christoph Egger. Ja, dieses Mikrofon, ja, jetzt ist irgendwie, glaube ich, kein Atmen mehr dabei, das ist schon mal besser. Genau, DNS-Tag, ich mache alles Mögliche. Man sieht da irgendwie so ein Debian-Logo im Hintergrund, mache ich auch. DNS-Tag habe ich irgendwann mal angefangen, weil es mich irgendwie persönlich interessiert hat. Und dann habe ich mir gedacht, kann man eigentlich auch irgendwie Leuten was darüber erzählen. Die Technik ist eigentlich ganz spannend, es geht relativ wenig um, wie schalte ich das jetzt bei mir gerade konkret an. Und eine ganze Menge, wieso funktioniert das eigentlich und warum tut es eigentlich das, was es tun soll. Und das allererste, was man an der Stelle eben beachten muss, was soll es eigentlich tun. Das ist jetzt ein Wikipedia-Ausschnitt und das Wichtige an der Stelle ist eben, dass es eben Authentication liefert für Daten, für sowohl positive als auch für negative Antworten an die Clients. Aber dass es eben keinerlei zum Beispiel Confidentiality, also keinerlei Verschlüsselung liefern soll, liefern kann, liefern will. Das ist halt, keine Ahnung, man darf da halt nicht die falschen Erwartungen haben, wenn man sowas sieht und das ist das, was es liefern soll und das, was es tatsächlich liefert. Wieso ist die Idee überhaupt spannend, dass ich irgendwie Authentifizierung von meinen DNS-Daten habe? Na gut, irgendwie, keine Ahnung, dieses HTTPS ist vielleicht spannend, auch weil ich Authentifizierung habe und das ist irgendwie ein einfacher Setup. Aber DNS hat da halt noch eine ganze Menge Details dazwischen und eins von diesen wichtigen Details ist eben, dass es nicht direkt ist. Also der Nutzer auf seinem Rechner kommuniziert nicht direkt mit dem Server, der die Information bereithält, sondern da sind eine ganze Menge Rechner dazwischen, die halt da Caches betreiben und so Sachen machen. Und eben dieser Client daheim, der verbindet sich halt mit seinem Home-Router, der irgendwie da Name-Server spielt für das lokale Netzwerk vielleicht. Der spricht auch noch nicht mit den Servern, die die eigentlichen Antworten haben, sondern der geht zu dem Dienstanbieter, der hat da auch wieder einen Name-Server, der macht auch wieder Cache. Und mit etwas Glück geht der dann irgendwo zu den eigentlichen Daten. Und dann hat man da so ein Recursor-Setup, also wenn ich irgendwie auf meiner Domain eine Webseite nachschauen will, dann fängt dieser DNS-Server von diesem ISP halt an und schaut in der Root-Zone, also bei Punkt nach, wer ist denn überhaupt zuständig für DE? Dann fragt er mal da nach. Und dann fragt er bei DE nach, wer ist eigentlich zuständig für diese SICK-Ecke-DE? Und dann fragt er bei diesem SICK-Ecke-DE nach, wer ist eigentlich zuständig für das, was weiß ich, für das WWW dahinter oder so. Also das ist so ein bisschen so auf, was passiert, wenn ich so eine DNS-Anfrage daheim an meinem Rechner eintippe, also keine Ahnung, wenn ich eine Adresse in die Browserzeile eintrage, sonst was. Zumindest die DNS-Schiene davon. Da kommt man dann schon mal gleich zu Signing. Der Punkt ist halt, ich könnte vielleicht irgendwie eine Authentifizierung direkt auf meinem DNS-Server machen und da einen Key hinterlegen. Die Frage ist halt, wie kriege ich mit, ob das der richtige Key ist? Man könnte sich da vielleicht auch so ein CA-System überlegen und ich kriege da irgendwie ein CA-Zertifikat, in dem drin steht, dass ich meine Zone signieren darf. Ist vielleicht, keine Ahnung, könnte man bestimmt gut Geld mitverdienen. Was passiert ist, ist vielleicht sinnvoller. Und das besteht letzten Endes daraus, dass sich Leute diesen einen Key hier merken. Das ist der Key in der Root-Zone, der ganz oben liegt. Und alle anderen weiteren Schlüsselerben davon. Und das geht halt weiter, dass eben dieser Key dann authentifiziert, dass hier die DE-Zone wieder so einen Key hat und dass dann ich irgendwo so einen Key habe. Jetzt gibt es da verschiedene Keys. Sieht man schon, es gibt Key-Signing-Keys und Zone-Signing-Keys. Das ist ein bisschen die Idee, naja, man hat so einen Key-Signing-Key, der hält eine Weile, der hat so ein paar Probleme. Naja, du kannst ihn relativ schwierig ändern. Den hier schon mal gleich gar nicht, weil der ist am besten, naja, irgendwo muss der herkommen. Das ist halt irgendwie fest konfiguriert in einem Name-Server. Das ändert sich nicht so einfach. Und dann möchte ich aber vielleicht den Key vielleicht auf so ein HSM schieben oder er ist halt nicht so gut verfügbar. Und zum Beispiel, deswegen nehme ich hier den zweiten Key dazwischen. Das muss nicht sein, das kann ich machen, das ist so ein bisschen so eine Policy-Sache. Der kann auch kleiner sein. Ich meine, wir reden hier von DNS. DNS ist UDP, alles halt. Eine moderne, große RSA-Signatur ist groß. Zweifel größer als ein UDP-Paket. Ist halt alles. Ja, vor allem, wenn ich halt eine Menge davon habe. Und dann kann ich da einen kleineren Key, den kann ich öfter mal wechseln. Und das letzte ist halt, wenn ich einen Name-Server-Record habe, der sagt irgendwie, das ist die DE-Zone. Dann habe ich auch so einen DS-Record, der sagt, das ist der Fingerprint von der nächsten Zone. Und dann kann ich mir da eine schöne Kette aufbauen, wo am Ende dann für meine Website ein Key delegiert ist. Jetzt brauche ich da eine Signatur dazu. Das hat jetzt irgendwie, diese Webseite hat erstmal, ich weiß nicht, Leute kennen vielleicht DNS, erstmal so eine Adresse. Das ist eine IP-Adresse. Und irgendwie will man sagen, dass das vielleicht, braucht man da die Signatur dazu. Deswegen machen wir das Ganze ja, um unsere Daten zu authentifizieren. Und das ist halt so eine Signatur, das ist eine RSA-Signatur. Man sieht da, es geht hier halt um einen Address-Record. Der hat irgendwie eine Haltbarkeit, also so eine Time-to-Live. Der referenziert einen Key. Der referenziert eine Zone. Und er hat halt auch irgendwie so einen Gültigkeitsbereich. Der ist irgendwie schon länger abgelaufen. Also wenn ihr diese Signatur seht, dann solltet ihr sehen, ist schon länger nicht mehr gültig. Genau. Jetzt haben wir irgendwie so unsere Einträge signiert mit so RR6. Wir haben uns vielleicht überlegt, wie wir unsere Schlüssel hinbekommen. Und wir haben auch gesagt, wir können diese Zone-Signing-Keys, die wir vorher hatten, relativ einfach tauschen. Und wollen das vielleicht auch, damit wir kleinere Schlüssel verwenden können. Irgendwas ist mit den Umlauten nicht so gut passiert. Falscher Latex-Compiler, würde ich mal behaupten. Es gibt ein Problem, wenn man jetzt irgendwie so Schlüssel austauschen möchte. Und da sagt man einfach mal Time-to-Live dazu. Wir haben gesehen, in diesem DNS sind eine unglaubliche Menge an Servern zwischen demjenigen, der die Daten hält. Und mir, der einfach so Sachen mal zwischenspeichert. Vielleicht brauche ich das gleich wieder. Und das macht insofern Probleme. Ich habe diese DS-Records und meinen Zone-Signing-Key. Und das ist was, was ich quasi ständig brauche für jeden Zugriff auf meine Zone. Muss ich den mir anschauen. Das heißt, den hat der Cache vielleicht schon mal vorgehalten. Und jetzt ändere ich meinen Key. Und signiere alle neuen Records dann mit meinem neuen Key. Und jetzt stellt der Client eine Anfrage, die bisher noch nicht passiert ist. Und bekommt dann eine Antwort. Aber diese Antwort ist dann mit einem Key signiert, der nicht zu dem Key passt, der immer noch gültigerweise in dem Cache von dem Server rumliegt. Also der Caching-Server hat einen Key. Der ist völlig gültig. Der ist nach wie vor gültig. Der ist super gut. Aber der Key, der meinen Eintrag in der Zone signiert hat, ist einfach ein anderer. Und an der Stelle würde dann der Client sagen, der Key passt nicht zu der Signatur. Ist der falsche Key, ist eine ungültige Signatur, ist ein Fehler. Was man an der Stelle eben machen kann, ist, ich veröffentliche den Schlüssel. Und dann warte ich erst einmal. Dann habe ich halt zwei Schlüssel erst einmal, zwei Sign-in-Keys veröffentlicht. Und dann warte ich, bis ich mir sicher sein kann, dass alle, die diesen Sign-in-Key cachen, eben den neuen Key schon mal bekommen haben. Und zu dem Zeitpunkt kann ich dann auch ganz bequem sagen, ab jetzt signiere ich nur noch mit dem neuen Key. Und den alten werfe ich weg. Denn alle, die irgendwie so einen Key gespeichert haben, die haben den neuen Key. Und dann können sie auch meine Signatur verifizieren. Und quasi symmetrisch kann ich auch sagen, naja, ich habe den alten Key, ich habe den neuen Key. Ich weiß nicht genau, welcher Key in dem Cache gerade rumliegt. Ich signiere einfach alles mit beiden Keys. Und dann gibt es mindestens eine Signatur, die gültig ist. Und dann ist der Client auch glücklich. Genau. So. Das ist alles schön und recht. Und was wir bisher gelöst haben, ist das Problem, ich habe eine positive Antwort, wo ich sage, da ist eine Adresse von so einem DNS-Eintrag da. Und dann kann ich auch verifizieren, dass über eine Signatur, dass das die richtige Adresse ist. Was ich halt auch haben möchte, ist, wenn der Name-Server sagt, die Webseite oder diese Adresse der Servers, was auch immer, der existiert gar nicht. Dann möchte ich vielleicht auch eine Möglichkeit haben, zu verifizieren, dass dieses existiert gar nicht, der Wahrheit entspricht. Sonst kann ich sagen, naja, gut, keine Ahnung, der Name-Server sagt, was weiß ich, Maps.google.com existiert jetzt plötzlich nicht mehr. Und da gibt es letzten Endes halt, möchte ich halt auch irgendwie verifizieren können, dass da Google den Service abgeschaltet hat und nicht der Name-Server-Betreiber. Genau. Die Idee dahinter ist letzten Endes, also das Problem ist erstmal, man könnte natürlich sagen, ich tue für jeden Eintrag, der nicht existiert, lege ich eine Signatur an, die sagt, dieser Eintrag existiert nicht. Und dann ist gut. Das Problem ist, dass es halt irgendwie ganz schön viele Einträge gibt, die nicht existieren. Und quasi alle davon werden auch niemals gebraucht werden. Deswegen braucht man was anderes. Und die Idee ist, man baut so einen Kreis, der alle Einträge, die halt existieren, umfasst. Das sieht zum Beispiel so aus. Also da sind so eine Handvoll Einträge in der Zone drin. Und das ist jetzt so ein Kreis, der ist alphabetisch geordnet. Also irgendwie von A nach B, dann G, K, W. Und was ich jetzt machen kann ist, genau, ich habe ja auch noch eine Domain, die existiert nicht. Also da möchte ich jetzt tatsächlich unterschreiben, dass dieses Null eben nicht existiert. Und was ich jetzt mache, ist so einen NSEC-Record bauen. Dieser NSEC-Record sagt letzten Endes aus, ich habe hier einen Eintrag, der existiert in der Zone. Und der nächste Eintrag, der existiert alphabetisch, ist derjenige hier oben. Und wenn ich mir jetzt anschaue, naja, wenn dieser Eintrag hier, dieser Null-Eintrag existieren würde, dann müsste der da dazwischen liegen. Aber ich habe hier den NSEC-Record, der ist schön signiert und der sagt, dazwischen ist aber gar nichts. So. Das ist super gut. Genau. Den kann man dann wieder signieren. Da braucht man quasi genauso viele wie Einträge, die sonst existieren. Also nicht irgendwie plötzlich für jeden nicht existierenden Eintrag nochmal eine Signatur, sondern ich brauche wieder einen zusätzlichen Eintrag und eine zusätzliche Signatur für jeden Eintrag, der eben existiert in meiner Zone. Das Ganze hat ein lustiges Feature. Wenn man sich das anschaut, hier, ich kann zum Beispiel hier nach sowas fragen, bekomme dann eben diesen NSEC-Record, falsche Richtung, das hier genau wollte ich, bekomme hier dann diesen NSEC-Record, der sagt zwischen da und da existiert nichts. Und dann sage ich, naja, dann schaue ich mal, was da danach kommt. Dann bekomme ich einen NSEC-Record, der sagt, zwischen hier und hier existiert nichts. Und wenn ich dann schön den Kreis weitergehe, dann bekomme ich eben alle Einträge, die in der Zone existieren. Das muss nicht schlecht sein. Manche Leute sagen halt, keine Ahnung, ich möchte nicht, dass jeder Beliebige da im Internet nachschauen kann, was ich alles für Einträge in meiner Zone habe. Da sind private Einträge drin für private Netzwerke, das geht niemandem was an oder so. Das hat irgendwie, naja gut, das waren halt irgendwie wichtig genuge Leute. Dann hat man sich gedacht, naja, was kann man da machen, dass sowas eben nicht mehr funktioniert. Zumindest nicht mehr in der Art. Und die Idee ist dann NSEC-3. Und an der Stelle hört man eben auf, die Einträge selber in so einem Kreis, in so einem Ring anzuordnen. Sondern man macht eben erstmal, falsche Taste, einen Hash drüber. Also zum Beispiel, was weiß ich, Charbon oder so. Und jetzt sind auch nicht mehr die Einträge alphabetisch geordnet, sondern eben die Hashes. Also man ist irgendwie bei E, dann bei I, dann bei M, N. Und erst einmal funktioniert das aber sonst genauso. Also ich habe hier einen Eintrag, der nicht existiert. Den hashe ich einmal. Bekomme dann den Eintrag, der da mit QF anfängt. Und der müsste halt zwischen dem NQ und dem UV-Eintrag liegen. Und ich habe da wieder einen signierten Rekord, der sagt, dazwischen ist aber nichts. Habe ich quasi das Problem auch gelöst. Habe ich immer noch das Problem, so ein Angreifer kann jetzt nachschauen, wie viele Einträge sind in meiner Zone. Aber um rauszubekommen, was es für Einträge eigentlich sind, müsste er eben halt diese Hash-Funktion rückwärts berechnen. Und das kann er hoffentlich nicht. Kann er nicht, sage ich. Kennt man ja irgendwie so eine Hash-Funktion, da gibt es eine ganze Menge Mach-Sachen. So Rainbow-Tables kennt man vielleicht, bei denen man vorberechnet hat, für alle Wörter aus, was weiß ich, aus einem Englisch-Wörterbuch. Was ist da die Hash-Funktion davon? Es geht halbwegs schnell. Und dann kann man feststellen, zumindest alles, was in dem Wörterbuch drin steht, kann ich schauen, ist in der Zone vielleicht vorhanden. Und die Standardlösung, sage ich mal, an der Stelle ist halt irgendwie, für meinen Hash erstmal so ein Soll zu verwenden. Also eine Zufallszahl. Das heißt, wenn ich mir dieses Wörterbuch aufgebaut habe, dann funktioniert das vielleicht auf der einen Zone, aber nicht auf allen Zonen gleichzeitig, sondern ich muss es für jede Zone neu berechnen. Außerdem wende ich den Hash eben mehrfach an. Das ist einfach eine Kostensache. Wenn der Angreifer dann ein ganzes Wörterbuch durchrechnet, also Angreifer, sage ich, um dann eben zu schauen, welche von den Wörtern aus dem Wörterbuch sind in der Zone, dann ist es halt teurer für ihn, wenn er da nicht einmal die Hash-Funktion anwenden muss, sondern fünfmal, zehnmal, hundertmal. Genau, dann wird das ein bisschen besser. Das habe ich so getan, als wäre das mit diesem NSEC schon geklärt, das Problem. Das Ganze hat ein Problem. Es gibt in diesem DNS, gibt es ja nicht irgendwie eine große Zone, in dem steht alles drin, was existiert. Entsprechend funktioniert dieses mit diesem Kreis eben auch nicht. Erstmal nicht. Oder was es halt auch gibt, nicht nach jedem Punkt muss eine neue Zone anfangen. Also ich kann Zonen haben, die mehrere Punkte umspannen. Und was ich halt nicht will, ist, dass jemand sagt, naja, www.sickegge.de, da beweise ich jetzt, dass das nicht existiert. Und in der Sickegge.de-Zone könnte ich das nicht, weil da existiert der Eintrag halt und ich habe keine entsprechende Signatur. Aber in der darüberliegenden Zone, also in der DE-Zone, ist die Aussage völlig wahr, da existiert eben kein Eintrag für www.sickegge.de, weil der Eintrag gehört halt in meine Zone rein. Und deswegen müssen wir eben, muss eben dieser Beweis, dass so ein Eintrag nicht existiert, auch zeigen, dass es an der richtigen Stelle eben geführt ist. Also dass der Beweis, dass meine Webseite www.sickegge.de nicht existiert, dass das auch in der Sickegge.de-Zone richtig ist. Und da gibt es ein Konzept, das besteht aus drei von so NSEC-Einträgen. Das hat mich eine Weile gekostet, wie genau funktioniert das. Genau, es gibt eben den einen Punkt, an dem er quasi in der Domainkette aufhört zu existieren. So, wenn ich irgendwie eine ganz lange Domain habe, keine Ahnung, sieht man ganz gut hier, A.B.C.D. dann gibt es vielleicht hier einen Punkt, keine Ahnung, es gibt vielleicht Test.C.D.Sickegge.de Der Eintrag, der existiert und der Eintrag existiert nicht. Und deswegen gibt es eben diesen einen Punkt hier, das da drunter existiert, hier in der Sickegge.de-Zone und das da drüber existiert eben nicht mehr. Und dann, was ich dann mache, um zu beweisen, dass es eben das hier nicht gibt, ich habe so einen NSEC-Eintrag für diesen Teil, der existiert und der listet auch auf, dass an der Stelle, genau, der Eintrag für hier existiert eben, der sagt C.D.Sickegge.de existiert und dann ist der nächste Eintrag irgendwo anders und es gibt eben einen, der sagt B.C.D.Sickegge.de, das existiert schon nicht mehr. Und was ich dann schaue ist letzten Endes, dass es für C.D.Sickegge.de keinen Nameserver-Eintrag oder sowas gibt, was halt auf eine Unterzone referenzieren würde, wo der Eintrag dann logischerweise vielleicht drin sein müsste. Also gebe ich eben die Antwort raus, dass das hier existiert, aber keinen weiteren Nameserver enthält und das hier dann nicht mehr existiert. Und dann kann ich mir sicher sein, dass der Eintrag A.B.C.D. eben nicht mehr existiert. Genau, deswegen hier kein Nameserver-Eintrag. Das ist so ein Detail an den NSEC-Records. Ich habe, glaube ich, keinen abgedruckt. Es stehen auch alle Rekordtypen in diesem NSEC-Record drin, die da existieren. Schon allein, wenn ich sage, da existiert kein IPv6-Eintrag, dann muss ich das ja auch irgendwie beweisen können. Und dazu steht halt dann in diesem Eintrag drin, es gibt da einen A-Record, aber sonst keine Records. Deswegen ist da eine vollständige List von allen Records, die existieren, drin. So, es stehen da drei und ich habe zwei aufgelistet. Das Lustige ist, dass es im DNS Wildcards gibt, die halt alles umfassen, was es nichts Spezielleres gibt. Und da muss ich natürlich auch nachweisen, dass es keinen entsprechenden Wildcard-Eintrag gibt, und der dann sonst halt auch irgendwie die richtige Antwort wäre. So. Ah, da ist sogar ein NSEC-Record. Ähm, genau. Äh, verschiedene. So. Ähm, was haben wir hier? Also hier steht drin, es gibt für, das ist der Wildcard-Eintrag. Der hat offensichtlich einen TLSR-Record. Ah, nee, ich meine, der nächste hat. Der nächste hat. Das hier ist die Wildcard. Und der nächste, der dazu gehört, also das hier, was auch immer das ist, der hat eine Signatur und einen TLSR-Record. TLSR-Records haben wir später noch. Ähm. Genau hier der nächste dazu, der hat offensichtlich keinerlei weitere Records. Das kann existieren. Also so ein Eintrag in der Zone, der keinerlei weitere Records hat, der eigentlich gar nichts hat, das ist halt irgendwie genau dieses Szenario. wenn ich hier dieses c.d.sig.eggd habe und ich sage, dieser Eintrag existiert, dann brauche ich eben den Eintrag, der sagt, dieser Teil existiert, damit ich diese Beweise so führen kann, wie ich sie führen möchte. Deswegen gibt es halt auch Einträge, die existieren, im Sinne von dem NSEC, aber die haben keine Records, die da dazugehören. Also es gibt dieses c.d.sig.egg.de, aber da hängt kein Record dran. Das hat keine Adresse, das hat sonst keinen Nameserver, das hat keinen Mameserver, das hat gar nichts. Ähm. Genau, das da oben ist halt, hier sieht man super, das ist halt der, der Root-Eintrag von der Zone, der hat einen Address-Record, der hat Nameserver, der hat so mal so alles mögliche und der untere hat irgendwie noch so ein paar Sachen. Genau. So, jetzt hat man irgendwie sowohl eine positive, als auch eine negative Antwort in seinem DNS und man hat auch eine Möglichkeit zu verifizieren, dass man das, was man da aus diesem DNS bekommt, dass das das Richtige ist, im Sinne von, das ist das, was derjenige, dem die Zone gehört, da reingeschrieben hat. Zumindest wenn man den Leuten, denen irgendwie die Zone dazwischen gehören, vertraut. Und wenn man sich jetzt überlegt, naja, man hat jetzt eine Möglichkeit, ein bisschen Daten irgendwie sicher an den Client zu bekommen, die halt irgendwo mit so einem, so einem DNS-Eintrag zusammenhängen. Und es gibt ein paar Klassiker, die man da vielleicht machen möchte. TLSA für alles, was irgendwie SSL-TLS macht. SSH-Fingerprints, saupraktisch, GPG-Schlüssel. Es gibt eine ganze Menge weitere Dinge, die man sich überlegen kann. Man kann sich natürlich auch eigene Sachen bauen, indem man irgendwie Text-Records macht oder so. TLSA ist letzten Endes halt gemacht. Ich habe da eine SSL-Verbindung hin. Das ist aufgebaut wie so ein Surf-Record. Also man hat hier irgendwie so ein Port. Also das ist eine Verbindung an Port 25 TCP auf meinem Mail-Server. Und alle, die sich dahin verbinden, die sollten bitte das Zertifikat mit diesem Fingerprint erwarten. Das gibt es hier zum Beispiel auch für eine Webseite. Das hier ist ein Chubber-Server, was man also alles hat. Das bietet alles TLS-Verschlüsselung an und ich habe da die Zertifikate und die kann man im DNS nachschauen. Und das ist irgendwie so ein Stückchen bei zumindest sicher. Wir haben wieder Schlüssel. Wir haben wieder die Schlüssel im DNS. Wir haben wieder das gleiche Problem, wenn wir unsere Schlüssel austauschen. Oder nicht das gleiche, aber halt auch wieder ein Problem. Ich ändere das Zertifikat von meinem Web-Server, aber im DNS-Cache liegt noch ein altes Zertifikat. Der Client schaut nach, schaut nach, was für ein Zertifikat irgendwie im DNS steht. Das Zertifikat passt nicht zu dem, was in der Realität ist. Das ist ein Fehler. Entsprechend muss ich da auch aufpassen und einfach, wenn ich vorhabe, das Zertifikat von meinem Mail-Server zu ändern, baue ich mir einen neuen Key, ein neues Zertifikat, lege das ins DNS ab, warte einen Tag und dann starte ich den Server neu oder konfiguriere das neue Zertifikat. Zu dem Zeitpunkt haben alle Clients hoffentlich sowohl das alte als auch das neue Zertifikat aus dem DNS sich geholt, die das irgendwie zwischenspeichern und alles ist gut. Nachdem das hier offensichtlich der Fingerprint ist, gibt es dazwischen noch irgendwie so eine Handvoll lustige Zahlen. Die drei, die sagt letzten Endes, das ist ein Service-Zertifikat, also ich sage da nicht irgendwie, das ist eine CA, die irgendwie Zertifikate designieren soll, die unter der Zone liegen oder so, sondern das ist wirklich das Zertifikat, mit dem ich TLS mache. Hier sage ich, ich schreibe da eben meinen öffentlichen Schlüssel rein und nicht irgendwie den Fingerprint von dem Zertifikat. Wieso ist das nützlich? Na ja, erstens mal ist eigentlich die wichtige Information, mit welchem Schlüssel sollte dieses TLS signiert sein, dass da irgendwie noch ein Zertifikat mit Informationen dran hängt. ist mir vielleicht erst einmal egal und dann verwende ich irgendwie so neue, moderne Technologie wie, was weiß ich, dieses Let's Encrypt und das macht alle 30 Tage oder alle 60 Tage, keine Ahnung, weiß ich nicht so genau, irgendwie ein neues Zertifikat und dann müsste ich jedes Mal wieder Schlüssel austauschen, beim DNS machen und dann da wieder einen Tag warten und dann addiert sich das alles auf und solange ich eben den öffentlichen Schlüssel ein paar Mal wiederverwende, kann ich sagen, ich schreibe da nur den öffentlichen Schlüssel hin und wenn dann morgen ein anderes Zertifikat mit dem gleichen öffentlichen Schlüssel ist, ist der Rekord in meinem DNS nach wie vor genauso gültig. Genau. Und dann sage ich, ich habe hier eine Schatz 256 Fingerprint letzten Endes von dem Public Keep ich kann dann, wenn ich lustig bin, auch den ganzen Key reinschreiben oder das ganze Zertifikat, wenn ich halt sage, ich nehme hier nicht den öffentlichen Schlüssel, sondern das Zertifikat, ich kann das ganze Zertifikat in meinen DNS stopfen, ich halte das für wenig sinnvoll, ich meine, der Client hat das Zertifikat hoffentlich über die TLS-Verbindung eh schon mal erhalten, der Fingerprint dann über Schatz 256 ist hoffentlich ausreichend, aber man kann da alles Mögliche machen, man kann da auch eine andere Prüfsumme verwenden, wenn das mal nötig sein sollte. Weiß man ja nie. SSHFP ist super. Für überall, wo man sich per SSH einverbindet, kann man letzten Endes, man hat vielleicht mehrere Rechner, dann ändert man den Host hier auf dem einen Server und dann gibt es diese böse Fehlermeldung, dass alles nicht mehr passt. Entsprechend schreibt man das Ganze in sein DNS rein, konfiguriert vielleicht noch auf jedem von seinen Rechnern, dass man da für seine eigene Zone nur sich selber vertraut und nicht irgendwie der darüber liegenden Zone und dann ist das alles schön und sicher. sieht halt dann so aus, es gibt wieder irgendwie, SSH kennt verschiedene Keytypen, da gibt es verschiedene Prüfsummen, die man verwenden kann. Genau. Jetzt habe ich irgendwie gesehen, wir haben irgendwie eine Möglichkeit, wie wir Einträge in das DNS bekommen, die so signiert bekommen, dass jeder weiß, das sind die richtigen Einträge oder das ist ein Eintrag, der wirklich nicht existiert. Wir haben da jetzt irgendwie Kryptoschlüssel im DNS abgelegt, weil wir irgendwie da eine sichere Methode haben, um Daten zu übermitteln und wenn wir jetzt wirklich irgendwie DNS machen wollen, dann, wie sieht es denn technisch aus? Und das allererste ist irgendwie der Nameserver, der meine Zone ausliefert, der muss jetzt plötzlich zusätzliche Daten mit ausliefern. Zum Beispiel Signaturen, also wenn ich den frage, was ist die Adresse von gitseg.de, dann muss er sagen, das ist die Adresse und das ist die Signatur dazu und er muss NSEG Records mit liefern. Die Signatur könnte er immer noch irgendwie der Kleine separat anfragen, für so ein NSEG funktioniert das halt nicht. Wenn der Server sagt, der Eintrag existiert nicht, für was frage ich dann nach dem NSEG Record? Weiß ich ja nicht, welcher genau das ist. Deswegen muss der Nameserver halt die Möglichkeit besitzen, bei so einer negativen Antwort mitzuliefern. Das sind diese drei NSEG Records, die du brauchst, um diese Antwort zu verifizieren und ich liefere die dir gleich mal mit. Das muss so der Nameserver halt kennen. Dann muss ich irgendwo meine Signaturen in die Zone bekommen. RSA mit Bleistift und Papier macht wenig Spaß, das wissen wir alle. Das gleiche gilt für die NSEG, NSEG 3 Records. Dann hatten wir gesagt, irgendwie das Schlüssel austauschen ist Spaß im DNS oder das möchte ich vielleicht auch nicht von Hand machen. Mich daran erinnern, ich trage jetzt den Schlüssel ein, den neuen, dann warte ich jetzt und dann morgen denke ich dran, dann stelle ich meine Signaturen um und dann warte ich vielleicht noch eine Stunde oder zwei und dann lösche ich den alten Key wieder raus. Wäre irgendwie ganz schön, wenn das ein Stückchen weit, wenn ich da irgendwie Softwareunterstützung für hätte. Und das letzte Problem, das man nicht unterschätzen darf, wir haben gesehen, diese Gültigkeit von diesen Keys in dem DNS kommt von der darübergelegenen Zone und wenn ich jetzt den NSEG mache für SICK-Ecke.de, dann muss ich auch irgendwo in der DE-Zone sagen, das ist jetzt irgendwie mein Fingerprint und den tragt ihr bitte in die DE-Zone ein, damit eben die Name-Server das auch überprüfen können. Und nachdem ich halt im Zweifel nicht direkt mit der DE-NIC rede, ist da irgendwie so ein Registrar dazwischen und der möchte auch überredet werden, dass er die Schlüssel für mich einträgt. Das erste Mal, wo ich mich da größer mit beschäftigt habe, war irgendwie 2004. Da war es echt schwierig, irgendwie so die Registrare. Es gab da welche, die konnte man dann irgendwie eine E-Mail an das Ticketsystem schreiben und dann ist übermorgen der Servicetechniker vorbeigekommen, hat festgestellt, da ist jetzt irgendwie so ein Ticket, hat es dann tatsächlich in die Zone eingetragen oder halt an die DE-NIC weitergegeben und dann ging es schon irgendwie. Bei anderen war so, nee, keine Ahnung, können wir nicht, haben wir nicht, supporten wir nicht, hat noch keiner gefragt. Genau. Also das ist auch so ein bisschen so ein Prepp-Problem, das man an der Stelle eben hat. Für die Nameserver, eigentlich das Bequeme ist, ist egal, was man sich so als Nameserver installiert so gewöhnlicherweise, die können alle DNS-Sec. Ja, also, keine Ahnung. Es gibt echt nicht mehr viel Software, die an der Stelle tatsächlich als Software kein DNS-Sec kann. Der spaßige Teil ist, wenn ich irgendwie so einen sekundären Nameserver habe, das ist halt zum Teil eine Anforderung, wenn ich irgendwie in der DE-Zone, meine, wenn ich eine DE-Zone habe, dann ist da eine Anforderung, dass ich in verschiedenen Netzwerken irgendwie Nameserver betreibe. Das habe ich im Zweifel nicht selber alles. Es gibt eine ganze Menge Anbieter, die sagen, ihr könnt irgendwie bei uns Sekundärzone, machen wir für euch, kostenlos, kein Problem. Die machen alle kein DNS-Sec. Das ist ein bisschen klar. Die Antworten sind deutlich größer, ich muss Signaturen mitliefern, ich muss NSEC mitliefern. Wir hatten gesehen, so ein Address-Record sind irgendwie vier Byte-Daten oder so. Die Signatur dazu ist irgendwie eine RSA-Signatur mit einem 1024-Bit-Key oder so. Das ist alles halt deutlich größer. Dann war die Sache mit den NSEC-Records, bei denen wir halt mehrere Runden Hash-Algorithmus gemacht haben, um sicherzustellen, dass da irgendwie niemand mehr zurückkommt auf die eigentlichen Einträge in der Zone. Das heißt aber auch, jedes Mal, wenn der Name-Server, der jetzt irgendwie den Sekundär... Jedes Mal, wenn dieser Sekundär-Name-Server jetzt eine negative Antwort geben will, so dieses NSEC-Ecke-DE existiert nicht, muss er jetzt auch halt, was weiß ich, fünf Runden, zehn Runden, 50 Runden, Scha... was weiß ich, Scha 256 berechnen, um dann festzustellen, welchen NSEC-3-Record er eigentlich braucht. Es braucht halt vergleichsweise viel Rechenzeit, da haben halt die ganzen Leute, die sagen so, ihr könnt bei mir kostenlos den Service haben mit Sekundär-Name-Server, haben halt keine Lust drauf, das auch für kostenlos anzubieten. Gibt es ein paar Lösungen dazu. Wenn der eigene Registrar halbwegs cool ist und den NSEC auch macht für mich, dann... Ich zahle dem ja eh schon Geld, ich bin quasi sein Kunde, der so ein bisschen geneigter, um mich auch irgendwie den NSEC mit ausliefern zu lassen und im Zweifel habe ich auch... Manchmal habe ich Freunde, die auch Computer können und die vielleicht alle, nicht alle beim gleichen Hosting-Anbieter sind und dann teile ich mir das halt mit denen. Ich mache irgendwie für meinen Kumpel irgendwie Secondary und er macht das für mich und dann habe ich das Problem auch ein Stückchen weit gelöst. Ich meine, das ist ja auch, wenn ich, gerade wenn ich das für meine private Domain mache, dann ist das jetzt auch was, keine Ahnung, wenn da jetzt beide Nameserver mal für eine Stunde nicht erreichbar sind, weil irgendwas schiefgelaufen ist, dann ist es halt so. Das ist jetzt nicht so das Mission Critical, High Availability-Szenario. Und wenn ich das doch habe, dann möchte ich vielleicht Geld dafür ausgeben. und das ist auch jetzt von der Last jetzt nicht die Zone, die da ständig gefragt wird und ständig ganz viel Informationen ausliefern muss, hoffentlich. Signaturwerkzeuge gibt es grundsätzlich zwei Typen. Die ganzen, ich sage mal, böse, fetteren Nameserver bieten das mit an. So ein Bind, so ein PowerDNS, so ein Not, den kann ich letzten Endes sagen, mach mal irgendwie DNS-Sec für mich und dann kümmern die sich ein Stückchen weit drum rum. Das ist bequem, ich habe keinerlei weiteren Werkzeuge, die erlauben mir tolle Sachen, keine Ahnung, man kennt das ja irgendwie bei diesem Bind, kann man NS-Update machen und dann sein eigenes DünndNS bauen. Funktioniert dann super weiter, weil der Bind signiert dann halt die Zone so um, dass es passt. Nachteil so ein bisschen, du hast irgendwie diesen Nameserver, der hat deine Private Keys, außerdem ist es ein Server im Netzwerk. Es gibt halt externe Signaturwerkzeuge, die noch deutlich flexibler sind, noch deutlich mehr komische, krumme Setups, sonst was können. Da gibt es eine ganze Menge. Da gibt es zum Beispiel OpenDNS-Sec, das funktioniert halbwegs gut. Das fühlt sich so ein bisschen nach Enterprise-Lösungen an, das kann HSMs ansteuern, das konfiguriert sich über ganz viel XML. baut seine Keys in klassischer OpenSSL-Manier, in PEM-Format, sonst was, wie auch immer. Es gibt den S-Sec-Tools, das ist Perl-Frickel von der Sorte, kann man verwenden, sollte man besser nicht. und man kann sich natürlich selber was bauen. Also es gibt Dinge, die halt einfach nur, ich mache jetzt eine Signatur auf diese Zone drauf, gibt es von Bind, gibt es einen Signer, gibt es von LDNS, gibt es einen Signer und dann mache ich das halt regelmäßig, wir haben ja gesehen, diese Signaturen laufen aus, die haben eine Gültigkeit, das heißt, ich muss das auch regelmäßig tun, deswegen mache ich da noch einen Cron außenrum und dann habe ich mir das selber gescriptet, mit allen Vor- und Nachteilen von selber gescriptet, also ich weiß ja genau, wie es funktioniert und es geht kaputt. Genau. Software-Qualität als Nachteil steht hier, ich habe schon gesagt, DNS-Sec-Tools ist ein super tolles Perl-Gefrickel, das man am besten Net verwendet, das bricht regelmäßig auseinander, das hat irgendwie so genaue Vorstellungen, was dieses Perl-Net-DNS genau für eine Version haben sollte, so Sachen. Die Software-Qualität von dem Open-DNS-Sec ist ganz gut, das ist auch schön flexibel, man kann ja jeden beliebigen Name-Server davor hängen, ist ganz okay, aber es ist trotzdem halt ein weiteres Element, was kaputt gehen muss, also ich muss jetzt nicht nur meinen Name-Server monitoren, sondern ich muss halt auch noch mein Signatur-Tool zusätzlich monitoren, dass das irgendwie alles schön weiterläuft und ich sollte das vielleicht auch tun, also wenn ich da irgendwie Mail empfangen will auf der Zone und dann ist da so ein MX-Record drauf und vielleicht sogar noch ein TLSR-Record und dann sagt der Name-Server von den Leuten, die mir Mail anliefern wollen plötzlich, das ist ungültig, das gebe ich dir mal lieber nicht zurück, weil das ist halt eine falsche Signatur, das ist bestimmt die falschen Werte, dann kriege ich halt keine Mails mehr, genau, deswegen werden wir da ein bisschen halt ein Auge drauf haben, dass, wenn man sich da halt tatsächlich Sachen kaputt machen kann auch. Genau, Werbung, ich sagte gerade Monitoring, ich habe den Vortrag irgendwie im Sommer schon mal gehalten auf der Frostcon und da sind dann Leute gekommen und haben gemeint so, naja, wäre halt super, wenn es da irgendwo so ein Repository gibt mit irgendwie Monitoring-Tools, was mir halt irgendwie bestätigt, dass der Web-Server nach wie vor ein Zertifikat ausliefert, das zu meinem TLSR-Record passt oder sagt, dass die Zone gültige DNS-Exignaturen hat, die auch vielleicht in der darüber liegenden Zone liegen, lauter so Sachen, dass man halt irgendwie das halbwegs sauber programmiert ist, was man klonen kann, was man irgendwie Patches schicken kann. Dann habe ich gesagt, naja gut, ich habe das eh schon für mich privat, das ist jetzt irgendwie ein bisschen gefricke, ich könnte das eigentlich mal ordentlich machen und damit habe ich jetzt angefangen, also wenn da irgendjemand Bedarf für hat, kann er gerne verwenden, patchen, Patches schicken, sonst was machen, wie auch immer. Genau. Und dann bin ich eigentlich durch das Programm durch. Wenn irgendjemand gerade irgendwie speziellere oder allgemeinere Fragen hat, gerne oder so. Die Antwort steht da schon. Na klar. Was Leute gerne fragen ist, ich habe jetzt gesagt, da kann man super TLS-Zertifikate in mein DNS reinschreiben. Kann ich das verwenden? Verwende es irgendwas sinnvollerweise zuverlässig? Bringt mir das irgendwas? Für Webseiten ist so die Antwort so nee und ist auch nicht absehbar, dass das jemals irgendwie jemand in meinem Webbrowser anfangen wird, standardmäßig da im DNS nachzuschauen, ob das das richtige Zertifikat ist. Für Mail sieht das anders aus. Das liegt einfach an diversen Gründen. Mail-Server-Betreiber waren in der Vergangenheit sehr geizig und haben im Zweifel halt keine kommerziellen CA-Zertifikate gekauft und dann waren sie faul, seit es die Dinge irgendwie kostenlos gibt und entsprechend gibt es da ganz, ganz viele selbstsignierte Zertifikate und sonst was und wenn man als Mail-Betreiber irgendwo seine Mails zugestellt bekommen möchte, dann liefert man Mails auch aus, wenn das Zertifikat, das da irgendwie signiert zurückkommt, eben ungültig ist. Aber die Idee ist, wenn jemand tatsächlich sich die Mühe macht und in sein DNS reinschreibt, dass dieser Mail-Server da diesen Public Key hat oder dieses Zertifikat hat, dann ist das hoffentlich auch wirklich das Zertifikat und er hat sich da Gedanken gemacht. Deswegen ist das halt deutlich leichter zu entforcen und zu sagen, wenn da jetzt irgendwie der Mail-Server den falschen Key hat, dann vertraue ich dem nicht. Außerdem für Webseitenleute rennen nach Latenzen. Wenn ich im DNS noch erstmal nachfragen muss, ist das der richtige Key, dann ist das halt irgendwie was weiß ich, eine zusätzliche Roundtrip-Time oder zwei oder drei. Für den Mail-Server ist das völlig Wurst. Auch große deutsche Mail-Betreiber sind da wohl am Umrüsten und Anschalten und sonst was. Die Frage nach der Client-Unterstützung für auf dem End-Anwendersystem. Gibt es letzten Endes in letzter Zeit so ein bisschen die Bemühungen, Fedora machen da Dinge, Ubuntu machen da Dinge, läuft letzten Endes darauf raus, dass da ein lokaler Name-Server halt auf dem Notebook läuft, der halt auch nochmal so einen Cache macht und sich da drum kümmert, um die Verifikation. Das Problem ist, das Protokoll, dieses DNS-Protokoll für der Client macht eine Anfrage, sieht da vor, ich möchte irgendwie den ESSEC machen und dann setzt er da ein Bit in der Anfrage und sagt, lieber Name-Server, sag mir, ob die Antwort auch signiert war und dann gibt der Name-Server in der Antwort mit, ja, die Antwort war signiert und dann glaubt der Client das erst einmal. Das ist so die Standard-API, das ist natürlich so ein bisschen wenig hilfreich, wenn ich da irgendwie so dieses Client, diesen Client habe und da bin ich jetzt in dem Chaos-Netz und der Name-Server in dem Chaos-Netz, der da hoffentlich sogar der richtige ist, der sagt, die Antwort war bestimmt signiert, deswegen möchte ich die Signaturen nochmal verifizieren, das müsste eigentlich die Libc machen, die hat aber keine Lust dazu, dagegen OpenSSL zu linken oder so und dann noch Großcrypto zu machen, deswegen klemmen da Leute halt nochmal eine Iteration Name-Server dazwischen, jetzt so ein Unbound oder so ein DNS-Mask laufen zu lassen, lokal ist jetzt nicht so teuer, Ubuntu und Fedora kümmern sich um Integration, die Alternative, was man machen kann, was halt auch irgendwie interessant ist, wenn ich irgendwie so einen Web-Server zum Beispiel, so einen Mail-Server habe, dass ich da irgendwie um die Signaturen kümmern soll, es gibt halt eine Handvoll von diesen DNS-Bibliotheken, die da ein bisschen mehr DNS-Sachen können, wenn ich gegen die link, dann kann ich auch sagen, verifiziere mir die Antwort auch und dann ist das halt eine C, eine Python, eine was auch immer API und da sage ich, löse mir den Namen auf und dann macht das tatsächlich in dem Prozess eine Verifikation, dass die Antwort richtig ist. Es wäre schön, vielleicht das auf Betriebssystem-Ebene noch zu haben, ist zumindest in der LabC halt nicht absehbar. Also die Frage war, wenn man irgendwie so Sound-Transfers macht, zum Beispiel im Zweifel auch von so einem Hidden Primary Server weg, ob die Server da Verifikation machen, dass die Zone so korrekt ist, wie sie da irgendwie transferiert wird. Und soweit ich das weiß, nimmt der Server halt die Zone so, wie sie kommt und ist glücklich damit. So Sachen wie das OpenDNS-Sec kann man konfigurieren, dass da die Zone einmal durchgeht. Also wenn ich sage, ich habe da einen Hidden Primary, der da irgendwo in meinem privaten sicheren Netz ist, und auf dem Weg von dem Zone-Transfer, von dem Hidden Primary auf die Nameserver im Internet, wird das irgendwie unterwegs signiert und habe da vielleicht quasi so einen Proxy, so einen Man in der Mitte, der sich um die Signatur von allen Zonen kümmert, das kann ich machen. Das OpenDNS-Sec nimmt da tatsächlich die Zone her. Also das klingt sich in den Sound-Transfer ein und kümmert sich dann darum, dass man dann den Sound-Transfer plus alle Signaturen, die man braucht, bekommt. Das ist vielleicht ganz nützlich. Ja? Die Frage war, gibt es irgendwelche Argumente, warum man vielleicht kein DNS-Sec machen möchte, wenn einem jetzt das egal ist, dass man da so ein bisschen rechnen muss und ein bisschen größere Antworten. Und die Antwort auf die Frage ist vielleicht tatsächlich wieder der Punkt mit den größeren Antworten. DNS ist UDP-basiert, das heißt, es gibt quasi keinen TCP-Handschlag. Das heißt, es ist irgendwie für Traffic Amplification irgendwo ein Protokoll, das irgendwie prädestiniert ist. Traffic Amplification funktioniert umso besser, umso größer die Antworten auf kleine Anfragen sind. Wenn ich jetzt da irgendwie für eine kleine Anfrage plötzlich ganz, ganz viele Daten mit Signaturen und sonst was schicke, dann kann ich da vielleicht böse Dinge tun. Das ist das, was Leute halt sagen, ist irgendwie so ein bisschen schade. Aber ich meine, Traffic Amplification geht mit DNS-E. Und die Lösung dagegen ist zum Zweifel vielleicht, keine Ahnung, Rate Limiting. Aber ja, da muss man sich halt, oder sollte man sich vielleicht irgendwie der Tatsache bewusst sein, dass man jetzt plötzlich einfach auf einem Protokoll auf UDP, was da ein bisschen anfällig für ist, plötzlich noch größere Antworten auf kleinere Anfragen macht. Die Frage war nach Elliptic-Curve-Crypto. Es gibt Anbieter, die DNS-Act mit Elliptic-Curve machen, so Cloudflare ist da groß dabei, die signieren schön ihr DNS mit Elliptic-Curve durch. Die sagen auch, das ist irgendwie das Einzige, was für sie sinnvoll machbar ist, weil geht ein bisschen schneller als RSA, die Antworten sind kleiner als toller und so. Geht, ist auch weitgehend von Client-Unterstützung soweit, dass es ganz gut funktioniert. Die Tschechen stellen ihre Top-Level-Domain demnächst um, also von RSA nach Elliptic-Curve-Crypto. Das Problem ist halt an der Stelle, Elliptic-Curve-Crypto heißt immer NIST-Kurven, weil es gibt irgendwie diese komischen Gost-Kurven, die die Russen standardisiert haben statt den Amerikanern. ist ähnlich altstandardisiert im DNS-Sec, ist halt weniger implementiert. Es gibt einen Draft mit Ad25519, aber die haben letzten Endes gewartet, bis der RFC durch ist, der eben diese Nicht-NIST-Kurven für Elliptic-Curve-Crypto spezifiziert, standardisiert. Der ist jetzt seit ein paar Monaten durch, Anfang vom Jahr war das irgendwann, glaube ich. Das müsste jetzt auch nachkommen. An der Stelle ist es halt, da kommt jetzt dann irgendwo der RFC, der ist noch ein Draft, der ist dann irgendwann fertig und dann dauert es eine halbe Ewigkeit, bis da irgendwie genug Clients das unterstützen, dass es da vielleicht Sinn macht, das zu verwenden. Also mit NIST-Kurven kein Problem, geht halbwegs, ist ganz gut kompatibel mit Nicht-NIST-Kurven, dauert es noch so zwei, drei Jahre, würde ich sagen. Ja. Ja. Also Microsoft, auch in ihrem, machen die DNS-Sack? Okay. Also ich weiß, dass zum Beispiel Paypal es macht, Cloudfair macht es, Microsoft offensichtlich auch und Microsoft ist auch irgendwie ganz groß mit Elliptic Curve da wohl dabei. Habe ich jetzt selber nicht nachgeschaut, aber es scheint gut genug unterstützt zu sein. Weißt du auch, wie das dann mit Clientsupport oder so unter Windows aussieht? Ja, aber halt irgendwie, wenn ich einen Windows-Rechner habe, kann ich da irgendwie verifizieren? Okay, also auf meinem Windows-Rechner verifizieren ist wohl bisher wohl auch noch nicht. Vermutlich ähnlich schlecht wie auf einem Linux. Ja gut, man hat ja auch vielleicht gesehen, so Mail ist zum Beispiel eine Anwendung, wo es halt ganz gut unterstützt ist, vor allem zwischen den Servern. Das ist vielleicht auch nicht das, was ich jetzt irgendwie auf meinem Windows-Desktop die Priorität ist oder so. Oder auf meinem Linux-Desktop oder sonst was. Und vielleicht eine Stelle, wo ich sagen kann, naja, konfiguriere ich halt von Hand noch einen zusätzlichen Mail-Server dazwischen. Das ist eine Lösung. So. Das Bild dürfte eigentlich müsste wieder da sein. Ist auch egal. Ich meine, das war ja bisher immer das Gleiche. Sonst noch jemand? Fragen, die ich vielleicht beantworten kann oder auch nicht? Na gut, dann halt nicht.